Hallo bei BILDNER TV. Videorekorder, DVD-Player, CD-Player, all diese Geräte braucht ihr eigentlich nicht mehr, wenn ihr einen Computer habt. Wie ihr unter Windows 10 Videos anschauen und Musik hören könnt, das zeige ich euch heute. Hallo, ich bin der Thomas. Mittlerweile haben wir schon viel gemacht am Computer. Wir haben Briefe verfasst oder auch Fotos abgespeichert. Aber was auch ganz wichtig ist und was viele machen ist, sich Musik anhören oder Videos anzuschauen. Vielleicht habt ihr ja von den Enkeln ein Video bekommen oder aus dem Urlaub oder habt euch ein Hörbuch runtergeladen und möchtet das Ganze euch anhören. Wir wollen das Ganze ein bisschen sortieren oder eben auch umbenennen. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt ganz einfach mal an. Dazu gibt es natürlich unter Windows die Möglichkeit über den Explorer das Ganze zu starten. Wir haben hier unsere Ordner Musik und Videos. Bei Musik haben wir schon einige Elemente drin. Und wir können die sehr, sehr einfach starten, indem wir einfach auf die Datei einen Doppelklick ausführen. Und schon startet der Titel. In diesem Fall öffnet sich die sogenannte Groove App, so heißt die unter Windows 10. Und wie ihr mit der arbeiten könnt, zeige ich euch ganz einfach. Den Musiktitel kann man hier mit der Pause-Funktion in der Mitte anhalten und wieder starten. Ihr springt hier mit den Pfeiltasten ans Ende oder zum nächsten Titel, könnt wieder zurückgehen an den Anfang und habt hier die Möglichkeit, euch die Lautstärke zu regulieren, leiser oder lauter. Man kann das Ganze auch ganz kurz mal stumm schalten, indem ihr einfach auf dieses Lautsprecher-Symbol draufklickt. Dann wird dieser Lautsprecher ausgeschaltet. Dann hört man kurz gar nichts mehr und ihr klickt wieder drauf und dann ist die Musik wieder zu hören. Es funktioniert also genauso wie bei euch auf dem CD-Player. Jetzt wollen wir aber eine kleine Struktur reinbringen in unsere Sound-Dateien, in die Audio-Dateien. Und dazu legen wir uns einen Ordner an, wie das Ganze funktioniert und mehr Infos über Ordner und das Einzelne sortieren. Dazu haben wir auch schon ein Video gemacht. Den Link dazu findet ihr hier. Jetzt schauen wir zurück zu unserem Musik-Ordner. Also nochmal zur Information. Wir sind hier im Ordner Musik. Und wir wollen uns hier einen neuen Ordner anlegen für die Musiktitel, die wir hier oben haben. Dazu gehen wir in der Leiste oben auf Neuer Ordner. Der erscheint auch gleich unten und dem geben wir den Titel Instrumentalmusik. Und jetzt könnte ich hergehen und jeden einzelnen Titel hier zum Beispiel wieder runterziehen mit der Maus. Oder wir markieren uns die ganz einfach. Wir gehen hier auf die Seite, klicken links und bleiben drauf und markieren dadurch alle Titel. Wir sehen das, es ist blau hinterlegt. Und können die jetzt gemeinsam, indem wir die Maustaste wieder loslassen und dann wieder draufdrücken und hier runterziehen. Dann können wir alle Titel gemeinsam in diesen Ordner ziehen. Geht wesentlich schneller. Dann brauchen wir noch einen zweiten Ordner, denn die anderen Dateien, das ist ein Hörbuch. Auch hier klicken wir wieder auf Ordner und benennen ihn um unter den Titel Hörbuch. Und machen das gleiche wie vorher. Wir markieren alle drei Titel und ziehen die wieder in den Ordner rein. So, jetzt wollen wir noch ein bisschen mehr Informationen reinpacken in den einzelnen Dateien. Denn wir wissen genau, wir haben mit Sicherheit mehr und mehr Hörbucher und jetzt packen wir da noch die Info zum Titel mit rein. Wichtig dabei ist aber, dass man da einiges beachtet. Dazu gebe ich euch auch noch einen Tipp. Dann schauen wir nochmal rein in unseren Ordner Hörbuch. Da sehen wir ja die Kapitel 1, 2, 3. Und ihr fragt euch vielleicht, bei mir sieht das immer ein bisschen anders aus. Da ist am Schluss ein komisches Kürzel immer mit dabei bei den Dateien. Dann könnte es sein, dass es bei euch wie folgt aussieht. Dazu muss ich kurz in meiner Ansicht was ändern. Also hier oben in diesem Bereich. Gehe hier auf den Punkt Datennamen Erweiterung. Dann könnte es eben sein, dass es bei euch so aussieht, dass immer am Schluss die Endung, in diesem Fall ist es eine Audiodatei, eben heißt .mp3. Und wie das jetzt beispielsweise bei den Videos aussieht, können wir uns gleich mal anschauen. Wir gehen in unseren Ordner Videos. Da sehen wir dann immer am Ende des Videonamens das Kürzel .mp4. Und diese Endung am Schluss, also alles was nach diesem Punkt kommt, bezeichnet die Art der Datei. Das ist für den Computer natürlich wichtig, damit er weiß, wie muss er mit Datei überhaupt umgehen. Uns persönlich kann es relativ egal sein, allerdings gibt es dazu einen Fallstrick. Und zwar solltet ihr ein Video mal umbenennen und eben aus Versehen so einen Dateinamen verändern und eben die Endung am Schluss mit .mp3, .mp4 oder wie bei Fotos JPG löschen, dann kann man die Datei nicht mehr verwenden, denn der Computer weiß nicht, wie er sie öffnen soll, mit welchem Programm er die Datei abspielen soll oder eben bearbeiten soll. Und damit ihr überhaupt nicht in diese Bredouille kommt, zeige ich euch, wie ihr das Ganze lösen könnt. Geht nämlich sehr einfach. Und dazu geht ihr im Windows Explorer oben auf den Bereich Ansicht. Und hier unter Ansicht findet ihr die Dateinamen Erweiterung. Und wenn hier der Haken gesetzt ist, dann nehmt ihr den einfach raus und man sieht es gleich an den Dateien, die Endung ist weg und auch bei einer Umbenennung kann nichts mehr passieren. Das zeige ich euch jetzt nochmal ganz kurz und zwar indem ich die Dateinamen Erweiterung wieder einschalte und hier zum Beispiel bei diesem ersten Video auf Umbenennen gehe und dann sieht man sofort, hier ist noch das Kürzel mit dran, .mp4. Und wenn ich das eben aus Versehen rauslösche, den ganzen Bereich der Dateibenennung und hier einfach Trailer 1, die Datei benenne, dann kommt sowieso gleich mal eine Fehlermeldung. Also das wäre nochmal so eine Sicherheitshürde. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf Trotzdem ändern gehe, dann sieht man, dann erlöscht auch hier das Symbol zu der Datei. Der Computer weiß nicht mehr, um was es sich bei dieser Datei eigentlich handelt. Also, machen wir den Schritt nochmal rückgängig. Ich füge jetzt ganz einfach mal wieder die Endung .mp4 an, damit der Computer wieder Bescheid weiß, um was es sich hier eigentlich handelt. Und dann sieht man auch gleich wieder, das Symbol ist dabei, also er kann wieder damit umgehen. Aber, damit das alles nicht passiert, am besten ganz einfach in der Ansicht im Explorer die Dateinamen Erweiterung rausnehmen und dann kann euch dieser Fehler überhaupt nicht passieren. Wir wollen jetzt noch kurz ein Video starten, damit wir auch sehen, was alles passiert, wenn wir überhaupt ein Video in Gang setzen, wie man damit umgehen kann. Also Doppelklick hier auf unseren Trailer 1, startet auch gleich. Und ich kann jetzt mit diesem Video natürlich auch arbeiten, kann es hier wieder mit dieser Pausenfunktion anhalten, kann hier beim Lautsprecher die Lautstärke verändern, kann ein bisschen zurückspringen, oder mit diesem Knopf ein paar Sekunden nach vorne hüpfen, man sieht es ja auch gleich. Oder, was man natürlich auch immer gern will, am Computer die Vollbildansicht, das wäre dieser Modus hier. Dann habe ich das Video auf dem gesamten Bildschirm zu sehen. Wieder auf Play und dann startet es wieder. Wenn ich jetzt wieder aus der Vollbildansicht raus will, dann gehe ich hier wieder auf diese Pfeile und schon habe ich wieder die Miniaturansicht, die kleine Ansicht. Video kann man einfach wieder hier ausmachen oder stoppen oder ganz einfach das Fenster schließen. Noch ein Tipp von mir in unserem Buch Windows 10 für Senioren. Den Link zum Buch findet ihr unten. Dann findet ihr weitere Infos rund ums Video anschauen, ums Musik anhören, auch welche Apps es noch gibt für Windows 10, die ihr ganz praktisch nutzen könnt. Oder zum Beispiel, wie ihr eine CD von zu Hause auf euren Computer bringt und eben euch da auch eure Lieblingsmusik weiterhin anhören könnt. Vergesst nicht uns zu abonnieren, dann seht ihr weitere Videos rund um alles, was man wissen muss am Computer. Und ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Videoschauen und beim Musikhören. Wir sehen uns wieder bei BILDNER TV.